Quedlinburg ist eine Stadt an der Bode nördlich des Harzes im Landkreis Harz. 994 mit dem Stadtrecht versehen war die Stadt vom 10. bis zum 12. Jahrhundertsitz der zu Ostern besuchten Königspfalz weltlicher Herrscher und fast 900 Jahre lang eines Damenstifts. Quedlinburgs architektonisches Erbe steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und macht die Stadt zu einem der größten Flächendenkmale. In Deutschland, in der historischen Altstadt mit ihren Kopfstein gepflasterten Straßen, verwinkelten Gassen und kleinen Plätzen befinden sich gut 2000 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten. Am Markt liegt das Renaissance-Rathaus mit der Roland-Statue, südlich davon der Schlossberg mit der romanischen Stiftskirche und dem Domschatz als Zeugnisse des Quedlinburger Damenstifts. Auch der Münzenberg mit der romanischen Klosterkirche Sankt Marien und im Teil dazwischen die romanische Sankt Waipati, der sich anschließende Abteilgarten und der Brühlpark gehören zum Weltkulturerbe. Geografie Die Stadt liegt im nördlichen Harzvorland durchschnittlich 123 Meter Ü. NN 50 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Magdeburg. Die unmittelbar angrenzenden Höhen erreichen 181 Meter Ü. NN Der größte Teil der Stadt liegt westlich des Flusses Bodel in dessen weiterem Fluss Bad Quedlinburg liegt. Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 78,14 Quadratkilometern. Quedlinburg liegt inmitten des Quedlinburger Sattels, einem Schmalsattel, der das Stadtgebiet von Nordwesten nach Südosten durchquert. Dazu gehört der Quedlinburger Schlossberg mit seiner Verlängerung über den Münzenberg-Strohberg, die nördlich gelegene Hammwarte und die südlicher gelegene Altenburg. Weiter im Süden liegt die Harzenortrandstörung. Parallel zum Nordrand des herausgehobenen Harzes sind die mesozoischen Gesteinsschichten daran aufgebogen und teilweise abgebrochen. Die wechselnden Lagen von unterschiedlich widerständigen mesozoischen Gesteinen bilden teilweise frei präparierte Schichttrippen, die als markante Höhenzüge von der Bode quer durchschnitten werden. Der markanteste Höhenzug ist die Teufelsmauer. Da die Region während der letzten Eiszeiten nicht vom Inlandteis bedeckt war, konnte sich hier Löss ablagern, der später zu Schwarzerdeböden hoher Güter umgewandelt wurde. Es sind dies die südlichen Ausläufer der fruchtbaren Magdeburger Börde. Klima Die Stadt befindet sich in der gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Quedlinburg beträgt 8,8 Grad Celsius. Die wärmsten Monate sind Juli und August mit durchschnittlich 17,8 bzw. 17,2 Grad Celsius und die kältesten Januar und Februar mit 0,1 bzw. 0,4 Grad Celsius im Mittel. Der meiste Niederschlag fällt im Juni mit durchschnittlich 57 mm, der geringste im Februar mit durchschnittlich 23 mm. Der Harz liegt als Hindernis in der von Südwesten kommenden Westwinddrift. Durch die Höhe werden die Luftmassen zum Aufsteigen gezwungen und regnen sich dabei ab. Die nordöstliche Seite liegt im Regenschatten des Harzes. In diesem Gebiet befindet sich Quedlinburg mit einem der geringsten Jahresniederschläge in Deutschland von nur 438 mm. Da die Monate Dezember, Januar und Februar absolut die niedrigsten Niederschlagswerte besitzen und die stark abnehmende Tendenz bereits im Spätherbst beginnt, kann von einer Quedlinburger Wintertrockenheit gesprochen werden. Bei der 2010 erstmals durchgeführten Gesamtauswertung der 2100 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes wurde festgestellt, dass Quedlinburg im August 2010 mit 72,4 Liter je Quadratmeter der trockenste Ort in Deutschland war. Frostfreie Tage gibt es 177, während an 30 Tagen Dauerfrost herrscht. Eine geschlossene Schneedecke ist an weniger als 50 Tagen vorhanden und die Sonnenscheindauer liegt bei 1422 Stunden jährlich. Daten der Klimastation Quedlinburg-Stadtgliederung Die historische Kernstadt gliedert sich in den ehemaligen Königsbesitz mit dem Westendorf, dem Burgberg, der St. Weiparty-Kirche sowie dem Münzenberg. Nördlich davon liegt die 994 gegründete Altstadt und östlich die im 12. Jahrhundert gegründete Neustadt. Im dazwischenliegenden Bereich wurde im 13. 14. Jahrhundert die Steinbrücke angelegt und die Word trockengelegt. Nördlich der Altstadt befindet sich das mittelalterliche Vorstadtviertel Gröpen. Um diesen mittelalterlichen Kern wurde am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert ein Gürtel aus Villen im Jugendstil gebaut. Im Zuge der Industrialisierung entstanden außerhalb dieses Gürtels neue Ortsteile, so die Kleisiedlung, das Neubaugebiet in der Süderstadt und das auf dem Klärsch. Neben dieser Kernstadt gehören zu Quedlinburg noch die Ortsteile Münchenhof, Gersdorfer Burg, Morgenroth und Quambeck sowie seit dem 1. Januar 2014 wieder Gernrode und Bad Suderode. Quedlinburg ist eine Stadt im Landkreis Harz und grenzt an acht Sachsen-anhaltische Städte und Gemeinden. Gemeinde Haasleben, Stadtwegeleben, Gemeinden Detfurt und Selke Aue, Städte Ballenstedt und Thalle. Geschichte Hauptartikel Die ersten Siedlungsspuren reichen bis in die Altsteinzeit zurück. Die Gegend war fast durchgehend besiedelt. Die ertragreichen Böden machten die Gegend für Siedler während des Neolithikums besonders interessant. Was sich durch über 55 Siedlungsreste dieser Epoche allein in der Stadt und der näheren Umgebung nachweisen lässt. So befinden sich auf den markanten Bergspitzen wie dem Moorberg, der Boxhorn-Schanze oder dem Brüggeberg, die an den Seitenwänden des Bodetals aufgereiht wie auf einer Kette aufragen, Neolithische Begräbnis-Hügel, etwa zwei Kilometer nordwestlich von Quedlinburg westlich der Wüstung Marsleben, konnte 2005 eine Kreisgrabenanlage der Stichbandkeramik untersucht werden, die der Kreisgrabenanlage von Goseck in alter Ausdehnung und Form nicht nachsteht. Am Ende des 8. Jahrhunderts häufen sich urkundliche Nachrichten über Ortschaften in der Umgebung Quedlinburgs, Marsleben, Großorden, Ballersleben, Dittfurt und Weddersleben. Die Weiparty-Kirche als Filiale der Abtei Hersfeld ist wahrscheinlich um 835-63. gegründet worden. Siehe auch, königliche Osterpfalz vom 10. bis 12. Jahrhundert-Bedeutung erlangte Quedlinburg, als es im 10. Jahrhundert die Königspfalz wurde, in der die ottonischen Herrscher das Osterfest feierten. Erstmals wurde es als Villa Quedicitur Quedlingerburg in einer Urkunde König Heinrichs I., vom 22. April 922 erwähnt. Später bestimmte Heinrich den Ort zu seiner Grablege. Nach seinem Tod im Jahr 936 in Memleben wurde sein Leichnam nach Quedlinburg überführt und in der Pfalzkapelle auf dem Schlossberg bestattet. Seine Witwe Königin Mathilde ließ sich von Heinrichs Sohn und Nachfolger Otto I., die Gründung eines Damenstiftes mit der Aufgabe der toten Memory bestätigen. 30 Jahre lang stand sie ihrer Stiftsgründung selbst als Leiterin vor, ohne Äbtissin geworden zu sein. Otto I. besuchte Quedlinburg in unregelmäßigen Abständen zur Feier des Osterfestes und zu den Gedenktagen seines Vaters. Im Jahr 941 entging er dabei nur knapp einem Mordanschlag durch seinen jüngeren Bruder Heinrich. Auf dem Osterhofdag 966 wurde Ottos Tochter Mathilde als Äbtissin mit der Leitung des Damenstiftes betraut. Zwei Jahre später, am 14. März 968, starb ihre Großmutter und wurde an der Seite ihres Gemahls bestattet. Ihr Grab und ihr steinerner Sarkophag sind erhalten geblieben, während Heinrichs Grab liege leer ist. Der größte und glanzvollste Hoftag Ottos des Großen fand 973 statt. Unter den internationalen Teilnehmern befanden sich Boleslav I., Herzog von Böhmen und Misko I., Herzog der Polanen, die dem Kaiser den Treue Eid leisteten. Kurz darauf starb Otto I., sein Sohn Otto II. besuchte in seiner zehnjährigen Regentschaft nur zweimal Quedlinburg. Nach dessen Tod 983 war Otto III. erst drei Jahre alt. Sein Onkel Heinrich der Zenka wollte sich in Quedlinburg selbst zum König erheben und entführte den jungen König. Vor allem das Eingreifen von Ottos Großmutter Adelheit, der zweiten Gemahlin Ottos, sie und seiner Mutter Theophanu, der Gemahlin Ottos II., zwang Heinrich zwei Jahre später, dem jungen Otto III., in Quedlinburg zu huldigen. Otto III. verlieh 994 dem Stiftersmarkt Münz und Zollrecht noch unter dem Vorstand seiner Tante, der Äbtissin Mathilde. Damit war eine wichtige Bedingung für die weitere städtische Entwicklung Quedlinburgs geschaffen. Von der weiteren reichspolitischen Bedeutung Quedlinburgs im 11. und 12. Jahrhundert zeugen die vor Ort verfassten, später sogenannten Quedlinburger Annalen. Diese verzeichnen im Jahre 1009 erstmals in schriftlichen Quellen Litschur den Namen Litauens. Für die Zeit vom 10. bis zum 12. Jahrhundert als Quedlinburg die Osterpfalz der ostfränkisch-deutschen Herrscherhäuser war, sind 69 urkundlich nachweisbare Aufenthalte eines Königs oder Kaisers gezählt worden. In den ersten Jahrzehnten nach Gründung des Damenstiftes wurden zahlreiche Schenkungen durch das sächsische Königshaus verzeichnet. Zu Quedlinburg gehörten über 200 teils weit entfernte Otte aber auch andere Schätze. 1326 schloss sich die Stadt mit Halberstadt und Aschersleben zum Halberstädter Dreistädtebund zusammen, der 150 Jahre andauern sollte. In den folgenden vier Jahrhunderten nahm Quedlinburg einen wirtschaftlichen Aufschwung. Wie in anderen Städten der Region waren das Gewandschneider und das Kaufmannswesen besonders intensiv. Um 1330 wurde die Altstadt mit der im 12. Jahrhundert gegründeten Neustadt belehnt, die fortan immer geschlossen als Stadt Quedlinburg agierten. Zum wirtschaftlichen Erfolg gesellte sich 1336 ein politischer, als die Stadt in einem regionalen Konflikt zwischen dem Halberstädter Bischof und dem Grafen von Regenstein letzteren Gefangen setzen konnte. Die Stadt erlangte größere Unabhängigkeit von der Stadtherin der Äbtissen des Damenstiftes und durfte in der Folge ihre Verteidigungsanlagen massiv ausbauen. Das neue Selbstbewusstsein wurde in Form von vielen Städtebündnissen nach außen hin demonstriert. Als Krönung dieser Entwicklung tat die Stadt 1384 dem Niedersächsischen Städtebund und 1426 dem Hansebund bei. Der Plan des Stadtrates sich von den Befugnissen der Äbtissen Hedwig von Sachsen zu befreien, mündete 1477 in einen gewaltsamen Konflikt. Die Quedlinburger versuchten Hedwig mit Waffengewalt aus der Stadt zu vertreiben. Daraufhin bat diese ihre Brüder, die Wettiner Herzöge Ernst und Albrecht um Hilfe. Die entsandten Truppen stürmten die Stadt ohne eigene Verluste, während 80 Quedlinburger fielen. Die Bürgerschaft unterwarf sich daraufhin und schied aus sämtlichen Bündnissen aus. Der um 1435 aufgestellte Roland-Symbol der Marktfreiheit und Zeichen städtischer Unabhängigkeit wurde gestürzt und zerschlagen. Erst 1869 wurden die Bruchstücke dieser Roland-Statue wieder aufgefunden, zusammengesetzt und neu aufgestellt. 2013 wurde die Figur gesäubert und komplettiert. Während des Bauernkriegs wurden vier Klöster der Stadt, das Prämon-Stratinser-Kloster seingt, Waipati, das Benediktinerinnen-Kloster seingt, Marien, das Franziskaner-Kloster in der Altstadt und das Augustiner-Kloster in der Neustadt zerstört. Die Reformation wurde in Quedlinburg im Jahr 1539 durchgesetzt und das Stift in ein evangelisches freies weltliches Stift umgewandelt. Den größten städtebaulichen Aufschwung nahm die Stadt ab dem Dreißigjährigen Krieg. Die meisten der 1200 erhaltenen Fachwerkhäuser sind in dieser Zeit entstanden. Zwei Stadtbrände verwüsteten 1676 und 1797 große Teile der Stadt. 1698 besetzten brandenburgische Truppen die Stadt, womit fortan Preußen Schutzmacht war. 1802 wurde das seit 936 bestehende Damenstift aufgelöst. Die Stiftsgebäude auf dem Schlossberg gingen in den Besitz des preußischen Staates über. Aufstrebendes Pflanzzuchtzentrum vom 18. bis 20. Jahrhundert. Im Laufe des 18. und besonders des 19. Jahrhunderts entwickelte sich durch die Blumen- und Saatgutzucht ein beachtlicher Wohlstand, der städtebaulich auch in einer Reihe von Jugendstilwillen seinen Ausdruck fand. Als die erste Zuckerfabrik des Regierungsbezirks Magdeburg 1834 von G. C. H. 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 Die Bedeutung der Gemüsezucht Von 1815 bis 1938 war Quedlinburg eine Garnisonstadt, zu den sechs Fragmenten der in den Jahren 1865 bis 1888 entdeckten sogenannten Quedlinburger Italer einer Prachtbibel des 4. Jahrhunderts, die als Einwände frühneuzeitlicher Verzeichnisses überliefert worden waren, siehe, 20. Im Beginnenden 20. Jahrhundert waren die Saatzuchtfirmen die größten Arbeitgeber, 1907 sprach Rosa Luxemburg vor 800 Quedlinburger Saatzuchtarbeitern, 1911 wurde Quedlinburg das bis dahin Sitz des Kreises Quedlinburg war kreisfreie Stadt. Während des Ersten Weltkrieges wurden viele landwirtschaftliche Arbeiten mit Hilfe von bis zu 17.000 Kriegsgefangenen durchgeführt, die in einem Kriegsgefangenenlager auf dem sogenannten Rittiranger nordöstlich der Stadt untergebracht waren. Dieses Lager wurde seit September 1914 eingerichtet und bestand über den Krieg hinaus als Notunterkunft zaristischer Soldaten, bis es im Juni 1922 niedergebrannt wurde. Im selben Jahr fand in Quedlinburg eine Feier zum 1000. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung statt. Ein verheerendes Hochwasser der Bode zerstörte 1926 alle Brücken und legte die Infrastruktur lahm. Immer wieder behinderten spätere Hochwasser die Wiederaufbauarbeiten. Zur Zeit des Dritten Reiches wurde die 1000-Jahr-Feier des Todestages König Heinrichs I. von den Nationalsozialisten in Gestalt der SS als ein propagandistisches Geschenk angesehen. Heinrich Himmler entwickelte ab 1936 einen Kult um den König und wurde selbst als eine Reinkarnation Heinrichs angesehen, was ihm geschmeichelt haben soll, wie sein Leibarzt Felix Kersten berichtet. In Quedlinburg wurden die Y-Party-Krypta und die Kirche seingt, sehr weit sie beschlagnahmt und zu Weihstätten der SS umfunktioniert. Himmlers persönliches Erscheinen zu den jährlichen Feierlichkeiten am 2. Juli, die bis 1944 stattfanden, wurde zum Beispiel 1937 propagandistisch mit Nachrichten über das Auffinden der verlorenen Gebeine Heinrichs I. aufgewertet. Nach dem Krieg wurden bei einer Öffnung des Sarkophags die von der SS vorgezeigten Funde als plumpe Fälschungen entlarvt. Am Morgen nach den Zerstörungen der Reichspogromnacht legte der Ladenbesitzer Sommerfeld seine eisernen Kreuze aus dem Ersten Weltkrieg in sein zerstörtes Schaufenster und ein Schild. Der Dank des Vaterlandes ist hier gewiss. Bald darauf begann die Verschleppung jüdischer Bewohner. Im Stadtgebiet befanden sich drei Außenstellen von Konzentrationslagern, das Kreisgerichtsgefängnis und je ein Gefangenenlager in der Klärstornhalle und im Fliegerhorst in Quambeck. Seit 1943-1944. wurden in Quedlinburg über 8.000 Verwundete in den Sporthallen und Nuttlazaretten versorgt. In der Woche bevor am 19. April 1945 amerikanische Truppenverbände die Stadt fast kampflos einnehmen konnten, gelang es, Teile der V2, die auf dem Quedlinburger Bahnhof auf Waggons lagerten, aus der Stadt zu bringen. Dies verhinderte eine Bombardierung und so beschränkten sich die Kriegszerstörungen auf Artillerietreffer. Nach dem Krieg war Quedlinburg Teil des 1945 gegründeten Landes Sachsen-Anhalt seit 1952 des Bezirkes Halle in der DDR. Die Demonstrationen vom 17. Juni 1953 konnten in Quedlinburg und Thale nur durch den Einsatz von Streitkräften der Sowjetarmee unterbunden werden. Obwohl es kaum nennenswerte Kriegszerstörungen gab, reichten die Bemühungen durch die DDR bei weitem nicht aus, den drohenden natürlichen Verfall der Altstadt zu stoppen. Durch den Einsatz erfahrener polnischer Restauratoren aus Torun konnten nur punktuell Häuser wiederhergestellt werden. Seit 1957 wurde Sankt Waipati restauriert und 1959 neu geweiht. Die ursprünglichen Planungen der DDR in den 1960er Jahren, die historische Altstadt vollständig niederzureißen und durch einen zentralen Platz und sozialistische Plattenbauten zu ersetzen, scheiterten an Geldmangel. Versuche, die Plattenbauweise den historischen Verhältnissen anzupassen, sind im Bereich des Marschlinger Hofes, in Neuendorf und in der schmalen Straße nördlich des Marktes zu sehen. Dafür wurde die sogenannte Hallesche Monolithbauweise modifiziert und als Hallesche Monolithbauweise Typ Quedlinburg umgesetzt. Erst nach der Wiedervereinigung 1990 wurden zielstrebig Fachwerkbauwerke restauriert. Im Herbst 1989 demonstrierten in kaum einer anderen Stadt gemessen an der Einwohnerzahl so viele Menschen wie in Quedlinburg. Gewaltlose Demonstrationen während der Wende fanden in Quedlinburg immer am Donnerstag statt. Die Demonstration am 2. November 1989 mit 15.000 Teilnehmern war trotz provozierenden Verhaltens der SED-Größen vor Ort ein Beispiel der Gewaltlosigkeit. Die größte Demonstration mit über 30.000 Teilnehmern fand am 9. November 1989 statt. Keiner der Teilnehmer ahnte, dass zur gleichen Zeit die Mauer geöffnet wurde. Die Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit wurde am 12. Dezember 1989 aufgelöst, nachdem die Klärnamen-Datei und die brisantesten Akten in den Tagen vorher vernichtet worden waren. Am 6. Januar 1990 fand zum Dank für den überwältigenden Empfang beim Überschreiten der Grenze ein großes Stadtfest statt. Zu diesem Fest kamen Würdenträger und 50.000 Geste. Bei einem Spontanbesuch sagte Helmut Kohl im Januar 1990 der Stadt Hilfsgelder zur Sicherung der extrem gefährdeten Bausubstanz zu und das Bundesland. Niedersachsen spendete im Frühjahr 100.000 Dachziegel für Sofortmaßnahmen. Ein gesellschaftlicher Tiefpunkt waren im Herbst 1992 ausländerfeindliche Übergriffe in der Quedlinburger Neustadt. Eine Antwort von Quedlinburger Einwohnern war die Gründung der bis heute aktiven Präventionsmaßnahme Altstadtprojekt. Die geplante NPD-Demonstration 15 Jahre später wurde durch eine betonbunte Demonstration engagierter Quedlinburger verhindert. Von den 1945 geraubten zwölf Teilen des Domschatzes kehrten 1993 10 aus den USA zurück in die Quedlinburger Domschatzkammer. Zwei Beutestücke bleiben weiterhin in Amerika verschollen. Zur 1000-Jahr-Feier der Verleihung des Marktmünz- und Zollrechtes wurden große Teile der Quedlinburger Altstadt und der Königshofkomplex am 17. Dezember 1994 auf Antrag Deutschlands auf die Liste der Welterbestätten der UNESCO gesetzt als ein Ensemble, das die Ansprüche gemäß dem Kriterium IV erfüllt. Ein herausragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden oder architektonischen Ensembles oder einer Landschaft, die bedeutsame Abschnitte in der menschlichen Geschichte darstellen. Punkt. Gerhard Schröder besuchte 1999 mit dem französischen Premierminister Lein Eosbyn und 2001 mit dem spanischen Ministerpräsidenten Jose Maria Aschnar die Stadt. Das schwedische Königspaar Karl XVI, Gustav und seine Frau Sylvia besuchte 2005 die Quedlinburger Stiftskirche. Nach mehrjährigen Restaurierungen ist die Krypta der Stiftskirche seit März 2009 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Von 2011 bis 2014 wurden umfassende Neugestaltungsarbeiten am Marktplatz im Bereich der Breitenstraße und der Steinbrücke vorgenommen. Im Vorfeld dieser Arbeiten wurden bei archäologischen Grabungen Pflaster Reste eines Marktes entdeckt, die in das 10. Jahrhundert datiert werden. Im Jahr 2014 wurde seitens des Stadtrates beschlossen, die Bezeichnung Welterbestadt voranzustellen. Nach Genehmigung durch den zuständigen Landkreis und die UNESCO Deutschland gilt seit 29. März 2015 die Bezeichnung Welterbestadt Quedlinburg. Da Quedlinburg lange Zeit nicht über seine mittelalterliche Grenzen hinauswuchs, blieb die Einwohnerzahl vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert bei maximal 8.000 bis 10.000 Personen. Erst mit der Industrialisierung begann die Zahl zu wachsen und erreichte den höchsten Wert 1950 mit 35.426 Einwohnern. Danach sank sie von 1950 bis 1990 um 21 Prozent kontinuierlich ab und lag bereits 1975 wieder unter 30.000. Seit der gewaltlosen Revolution und der Grenzöffnung 1989-1990 still verlor die Stadt wegen hoher Arbeitslosigkeit, des Wegzugs vieler Einwohner in das Umland und des Geburtenrückgangs erneut 20 Prozent ihrer Bewohner. Am 30. Juni 2006 betrug die amtliche Einwohnerzahl für Quedlinburg nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 22.481. Zum 1. Januar 2011 vergrößerte sich die Stadt zunächst durch die Eingemeindung der Stadt Gernrode sowie der Gemeinden Bad Suderode und Rieder von 78,14 Quadratkilometer auf 141,82 Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahl stieg von etwas über 21.000 auf über 28.000. Diese Eingliederung musste jedoch wegen eines Formfehlers am 19. Februar 2013 aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder rückgängig gemacht werden. Bad Suderode und Gernrode gehören seit dem 1. Januar 2014 wieder zu Quedlinburg. Die Bertelsmann Stiftung Wegweiser demografischer Wandel liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland. Für Quedlinburg wird ein Absinken der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 14,1 Prozent vorausgesagt. Prognose der absoluten Bevölkerungsentwicklung von 2003 bis 2020 für Quedlinburg. Im Rahmen der Fortschreibung des Weltherbe-Management-Plans wurde 2011 eine eigene Prognose aufgestellt. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 wohnten 21.016 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Quedlinburg. Im Jahre Saldo verlor die Stadt im Laufe 2011 insgesamt 69 Einwohner. Die Prognose für 2025 liegt nach dieser Erhebung bei 16.200 bis 17.300 Einwohner. Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2007. Einige Zahlen spiegeln sechs andere über 20 Jahrgänge wieder. Religionen Siehe auch, der überwiegende Teil der Quedlinburger Bevölkerung gehört keiner Religionsgemeinschaft an. Die ehemals fünf protestantischen Gemeinden umfassen rund 16 Prozent der Stadtbevölkerung und haben sich in der Evangelischen Kirchengemeinde, Quedlinburg zusammengeschlossen, die ein Teil der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist. Etwa vier Prozent der Stadtbevölkerung gehören zur katholischen St. Matthildes Gemeinde einer Pfarrei im Bistum Magdeburg. Weitere christliche Gemeinden gehören zu den siebenten Tags Adventisten, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde oder anderen evangelischen Freikirchen sowie zur Neuapostolischen Kirche. Darüber hinaus leben in der Stadt Mitglieder der Blankenburger Gemeinde der altkatholischen Kirche. Hauptartikel Bereits im 11.12. Jahrhundert sollen sich jüdische Kaufleute in Quedlinburg angesiedelt haben. Seit dem frühen 13. Jahrhundert sind sie urkundlich fassbar. Sie fungierten vor allem als unabhängige Kreditgeber der Quedlinburger Äbtissen und anderer lokaler Magnaten. Im Jahr 1514 mussten alle Juden Quedlinburg verlassen. Zwar waren im 18. Jahrhundert drei sogenannte Schutzjuden erlaubt, aber erst nach der Auflösung des Stiftes 1802 siedelten sie sich wieder in Quedlinburg an. Von 1933 bis 1945 lebten weniger als 100 Nichtarie in Quedlinburg. Von diesen kamen mindestens 13 gewaltsam zu Tode, 14 gelang die Emigration und 34 überwiegend halb Juden, überlebten und starben eines natürlichen Todes. Die anderen Schicksale sind unbekannt. Eine jüdische Gemeinde gibt es seit der NS-Zeit nicht mehr in Quedlinburg.